Musik Gut Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin heute Roblox Brookhaven und ihr seht, ich habe mich wieder mal schick für euch gemacht. Auf jeden Fall, das heutige Video wird krass. Falls euch das Video gefällt, lasst ein Like auf diesem Video da. Abonniert meinen Kanal, Dr.Strek. Aktiviert die Glocke. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir sehen uns im Video. Bis gleich. Gut Freunde, wir sind im Video. Also wir werden heute Leute stalken. Also wir werden Online-Data, SAS Online-Data, alles über Online-Data herausfinden auf diesem Server. Auf diesem Server, ich habe geguckt, hier sind glaube ich, ja, ziemlich viele Online-Data drauf. Und wir werden gleich da hingehen. Aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal hier rauskommen. Weil ich habe nämlich letztend, habe ich nämlich aus dem Einkaufsladen ein bisschen was geklaut. Und zwar eine Flasche Wasser. Und dann habe ich gefragt, ob ich das klauen darf. Und die haben dann gesagt, nein. Und wisst ihr wieso Leute? Wieso haben sie gesagt, nein? Ja und dann habe ich es versucht, rauszunehmen. Und dann hat mich die Polizei geschnappt. Also wirklich, ne? Aber ich glaube, ich gehe erstmal schlafen Leute. Wir sehen uns am nächsten Tag. Weil wir dann versuchen hier irgendwie, irgendwie auszufallen. Das ist gleich Leute, bis zum Morgen. Ich glaube, ich las gerade eine richtig große, große Sons. Ist das schön. Endlich fertig mit meinem Geschäft. Und dann gehe ich erstmal hier raus. Gut Freunde, also jetzt zu unserem Plan will wir hier ausbrechen. Und ich glaube, also ich versuche einfach mal hier irgendwie rauszukommen. Wir können nicht durchs Fenster. Wir können auch nicht hier durch. Warte. Ne, können wir nicht. Können wir hier durch? Ne, wir können auch nicht hier durch. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben. Irgendwann nach hoch. Hier vielleicht, da. Ne. Also hier oben nicht. Warte, was ist? Hat sich mit der Lüftung da auf? Was ist das hier? Kommt durch, warte. Warte. Oh, hier kann man hoch. Seit dem Moment, den er nimmt, er f***t. Cool. Oh, und hier geht's raus. Ach, so leicht ging das also mit dem Ausbrechen. Das war, das war noch richtig krass. Ah. Ne, das kann doch nicht angesehen. Jetzt bin ich doch noch in die Mülltonne reingelaufen. Das geht doch nicht. Oh, meine Güte. Also, das kann doch echt nicht angehen. Also, jetzt sind wir hier draußen. Ich glaube, ich komme mal weg von der Polizeistation. Ich gehe jetzt mal, weiß nicht, irgendwo hin, wo ich mich umziehen kann. Ich stehe mich einfach hier mal hinterm Baum und dann ziehe ich mich mal ein bisschen anders um. Wir sind uns gleich, Leute. Ah, viel besser, Leute. So ist doch viel besser. Also, jetzt zu unserem Thema. Wir wollten ja Leute stalken. Also, müssen wir jetzt... Lass uns uns mal richtig klein machen, warte. Was macht der denn hier? Null Ahnung, was der hier macht, aber egal. Gut. Okay, gucken wir mal, was... ...so machen können. Ne, möchte ich nicht. Warte. Ich glaube, ich mache da nicht. Hier, ne. Da, ne. Da, nicht. Da, nicht. Gut, Freunde. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Und dann gehen wir mal hier so in Avatar-Edition. Und dann mache ich mich mal etwas, was man nicht sehen könnte. Bis gleich. Gut, Freunde. Ich habe mich jetzt mal so gemacht hier. Ich hoffe, das ist gut. Wir gucken mal so hier nach Online-Data. Am besten hole ich mir jetzt wieder den Sack her. Versuche, hier mal irgendwie reinzukommen. Und irgendwie zu lauschen, was die so treiben. Ich hoffe... Gut, Leute. Ich bin drin. Ich bin jetzt drin im Haus. Gut, die machen wir wieder das... Sonsti. Nein. Wir haben direkt das Richt... Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich darf mich nicht sehen. Ich darf mich nicht sehen. B... Nein, sie hat mich gesehen, oder? Sie hat mich gesehen. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Nein. Nein, 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 nein. Ich darf mich nicht sehen. Nein. Nein. Sie darf mich nicht sehen. Ich darf mich... Ich glaube, sie hat mich jetzt, glaube ich, gesehen, ne? Nein. Das haben wir nicht... Nein. Sie haben mich nicht gesehen. Bitte nicht. Nein. Nein. Ich darf mich safe sind. Ich bin... Ich bin... Ich bin... I'm running for my life. Nein! Sie hat mich so was von gesehen. Die muss hier weg. Die muss hier weg. Ich muss hier unbedingt weg. sitzen hier sieht es nicht nur aus nichts 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 die schlafen nein die sind so ich glaube wir gehen zum nächsten haus heute das ist hier ein bisschen zu sass bis gleich leute wir sind jetzt gerade auf dem weg zu einem anderen haus aber ihr vorhin gesehen das waren schon sehr sasse leute ist die dort gibt es einfach zusammengeschlafen wir reden jetzt nicht drüber weil ja egal wir sind jetzt auf jeden fall beim nächsten haus angekommen und ich hoffe wir kommen hier rein gucken wir mal wie hier reinkommen können ich muss das ja hat er so ja nein so knapp so knapp noch mal so leute wir haben sogar direkt reingeschafft ich hoffe mal hier sind genau die gleichen eine rutsche die einfach herunter führte okay hier sind offensichtlich keine leute wir sehen uns wenn wir wieder irgendwelche leute gefunden haben wir sind in einem neuen haus und wir gucken direkt ob wir hier irgendwie okay schon mal nichts hier auf der toilette auch nichts ja auch nichts wo sind die denn alle ich habe vorhin so viele online data gesehen und jetzt sind alle weg praktisch alle nur noch in dem haus okay wir stylen uns noch mal um und da geben wir noch mal in das haus und versuchen irgendwie irgendwie in ihnen in ihren haus rein zu schaffen schaffen es zwar nicht in dieses sassi raus rein zu kommen aber ich hoffe trotzdem euch hat das video gefallen falls ihr aktiviert auf jeden fall die glocke abonniert mein kanal liked alle meine videos und wir sind so wie wir sehen uns im nächsten video haut rein bis zum nächsten mal und tschauikowski